Niederberger versucht ihn nur leicht zu spielen, jetzt ist doch mal die Gelegenheit da! Niederberger, ein Teufelskerl! Der war doch schon drin! Was hat denn der Typ heute zum Frühstück gegessen? Wunderbar gespielt! Und Ortega findet seinen Meister in Matthias Niederberger! Was für eine Aktion! Und den hat fast jeder im Tor gesehen hier! Und zum perfekten Zeitpunkt Niederberger da! Schütz macht das stark! Und München belohnt sich zunächst nicht Waraika!